Ein herzliches Willkommen zum 19. Mal Tanz mit am Stocker Meisenplatz. Tanz mit ist eine Veranstaltung der Wiener Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit der Basiskultur Wien. Das Motto Tanz mit soll eigentlich zeigen, ein gemeinsames Tanzen. Wir tanzen österreichische Volksdänze, nicht nur, es werden ein paar Zuckerl vom Ausland auch dabei sein. Und das Motto ist eben Tanz mit und wir laden alle herzlich ein, mit uns zu tanzen. Wir zeigen die Tänze vor und bitten euch dann, mit uns mitzutanzen. On danse ensemble, c'est le motto d'aujourd'hui. We dance together, all of us together try the same dances. Most of the dances are Austrian, there are very few. Just last Hannes, qui va vous montrer comment va la danse prochaine. Look at Hannes is going to show you the next dance. And that's all, it's not complicated. C'est pas compliqué, toujours la même chose, ça se repete. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué, toujours la même chose. Währa женщi바ende, j'ai fait un Musik Musik Das war der Salzburger Dreher.